Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hergefunden hast auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniela Wallstein. Ich arbeite als medialer Coach und Bewusstseinstrainerin, führe Online-Meditationen und Interviews zum Thema Bewusstsein. Wenn dich das interessiert, dann abonniere sehr gern meinen Kanal, Chinozentrum Daniela Wallstein, hier unten drunter, drück den roten Button und unbedingt die Glocke. Wenn du mehr zu mir und meiner Person wissen möchtest, dann schau einfach auf meiner Webseite www.chino-zentrum.de. Dort findest du alle Informationen und du kannst natürlich auch meinen Herzens-Newsletter abonnieren, damit ich dich zu meinen kostenfreien Meditationsmöglichkeiten oder zu anderen Projekten informieren kann. Wenn du jetzt dich an die Bewusstseinsarbeit machst und ein Video schauen möchtest und nicht genau weißt, oh je, bei so vielen, ich weiß gar nicht, was ich nehmen darf, dann habe ich einen Tipp für dich. Vertraue dir, vertraue deinem Inneren, deinem Herzen, denn deine innere Führung weiß ganz genau, welcher Impuls jetzt der richtige ist zu dieser Zeitqualität. Und dann komm zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wieder, prüfe erneut und dann schau einen anderen Interviewgast. Wenn dir die Videos gefallen, dann freue ich mich über eine Herzensspende von dir. Alle Infos und Daten dazu findest du unter dem Video und unter dem Reiter Kanalinfo auf diesem Kanal. Ich wünsche dir jetzt viele inspirierende und bewusste Momente, eine wunderbare Zeit und alles Liebe. Mach's gut. Tschüss.